Die begehrten Medaillen bei der Ski-WM haben bisher andere geholt. Österreich mit den drei Goldmedaillen von Anna Fenninger, Hannes Reichelt und Marcel Hörscher führt derzeit in der Gesamtwertung. Doch mit dem Start der zweiten Woche hofft auch Deutschland auf den ersten Erfolg. Vor allem am Dienstag im Teamwettbewerb, wenn Felix Neureuther und Fritz Dopfer sowie Viktoria Rebensburg und Veronique Ronnick gemeinsam an den Start gehen. Zuerst ist es natürlich mal schön, dass man mit der Mannschaft am Start steht, ganz klar. Dass man zusammen für sein Land vertritt. Und es macht einfach unheimlich viel Spaß, weil man sich gegenseitig extrem pushen kann und auch mit den anderen wahnsinnig mitfiebert. Mehr wie es sowieso schon ist eigentlich. Bei der WM-Premiere 2005 gewann Deutschland Gold vor zwei Jahren in Schlattming Bronze. Und auch in diesem Jahr zählt das Quartett um Felix Neureuther zu den Medaillenanwärtern. Im Parallel-Riesenslalom treten Frau gegen Frau und Mann gegen Mann an. Der Wettbewerb ist für Neureuther gleichzeitig der erste bei der WM und in seinen Augen ideal zum Start. Man kann reinkommen, so ein bisschen schnuppern, okay, wie fühlt man sich, so ein bisschen die Gegner abchecken, wie die so ausschauen. Und das ist immer echt ganz interessant. Und vielleicht können sich Felix Neureuther und Teamkollegen ja dann auch gleich über die erste WM-Medaille für Deutschland freuen.